Das ist eine kleine Schussfaktor, ja. So, Augenblick lassen wir einen Schabler vorbei, da macht man die Binder auf. Ja, ich komme, ich habe es gesehen, ich komme, mein Schatz. So, ich gehe hin, wir suchen unseren Schirm, wir sind so klein. Oh, hier soll ich bleiben. Wenn ich das noch kann. Hallo. Oh, man hat Hallo gesagt. Ja. 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 Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ja, ja, ja. Die können wir auch vom Bahnen zu Bahnen. Doch nicht? Ja, ich bin überrascht. Ja. Ja, ich bin überrascht. Ja. Ja. Ja, ich bin überrascht. Ja, ich bin überrascht. Was? Oh, Mann, muss da drinnen? Markus, wann kommt der Schacht? Oder ist das schon so laut? Ja, es ist nicht Kahlo! Schönen Schritten, wollen wir nochmal? Ja, klar! Gerhard Neuberg So, jetzt geht's noch mal. Vielen Dank. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Markus, sind das die Teule? Markus, sind das die, Markus? Darf man da nicht weiter? Ich glaube, das hier ist das Klo. Nein! Markus! Mach nur mal die Tür hier auf. Jetzt wird das schon gleich weit. Wir kommen die temperaturen. Dann geht es nichts. Wir kommen die Nach guten znajdu. Aber auch was? Es war bereits zum Make-up. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.